Meine Damen und Herren, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Sie wünschen sich einen solchen Mann wie mich. Othello! Liebe ist was für arschgeile Penner. Ey, ey! Schluss jetzt! Eilige Abs, ich bin soweit, ich krieg euch an. Hast du mich vermisst? Komm gib zu! Nein! Meine Liebe zu dir. Mach mich um! Ja, stopp! Hast du ja gesehen, wohin das führt? Eintreten! Scheiße! Wo stehst du in der Nahrungskette? Du steckst in großen Schwierigkeiten. Es hat doch nur noch unbedachte Äußerungen. Du bist also kein Eifersicht! Achten Sie auf Ihre Frau! Bring mir einen Beweis, der jeden Zweifel ausräumt! Oh, achten Sie auf mich! Sehr gut, ja hallo! Du machst dich selbst zur Nutte! Vielleicht! Vielleicht! Ja! Du scheiße! Du feige Sau! 불 ruft! Oh, es ist zu klein, duาม mehr. Du träifst mehrere Borde optimistic. Ich kann sie ernst in Kast. Ich habe viele Probleme gemacht. Ich habe etwas zu werfen. Vielen Dank.